Neuer Tag, neues Glück für mich, für euch ist einfach nur ein ganz neuer Tag. Willkommen zurück zu FIFA 16. Oh man Leute, ey, ich hab keinen Bock, ey, ihr wisst ganz genau, dass ich gegen diese kleinen Mannschaften immer nur unentschieden spiele. Letztes Mal gegen Ingolstadt, davor gegen Ingolstadt und jetzt haben wir Düsseldorf, ein Zweitliga-Aufsteiger. Köln auf dem Platz 3! Oh man, ey, was ist denn los in der Liga? Einiges anscheinend. Ja, ich hab heute mal eine kleine Ausschreibsänderung gemacht. Niklas Süle spielt heute anstatt Medi Benatia. Das ist aber auch die einzige Veränderung. Macht sein Bundesliga-Debüt, der 20-Jährige. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft gegen die Fortuna. Ich hab ja Angst, aber wenn das jetzt schon so losgeht. Kostad, 1-1-0! Früher Start und es ruckelt leider gerade jetzt nicht mehr. Ja, ganz früher Start. Douglas Costa, 1-0! Ja, das war einfach. Da, oh Gott, oh, sind die Düsseldorfer auch schlecht gestanden da. EIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIE Das zweite oder dritte Saisontor sein. Das zweite. Ja. Dann nehme ich mal alles zurück, was ich ganz am Anfang des Videos gesagt habe. Aber es kann ja auch sein, dass dieses Tor das letzte bleiben wird vom heutigen Tag. Und weiß ja nicht. Wir sehen auf einmal Matthias Bolli mit dem Fehlpaar. Süle, Vidal. Und direkt der Konter. Lümmüller, Lewandowski. Und da ist die Abwehr von Düsseldorf mit Schmitz. Und Bellinghausen. Schmitz. Zurück zu Unterstall. Ne, Unterstall ist gar nicht im Tor, was? Wo ist der Unterstall? Das ist mein Handy gewesen. Na. Koch. Wieder Koch. Hört nach vorne. Gartner. Und Boateng. Räubt auf. Bale. Und Spiel unterbrochen. Bisschen noch mal verletzt am Boden. Auswechslung. Ball für uns. Abstoß. Niklas Süle. Alava. Alava. Müller, Lewandowski. Costa. Flanke ist okay, aber ein bisschen zu weit. Jakonan. Gartner. Wellinghausen. Wellinghausen. Und da ist Süle. Bale. Lahm. Der Ball geht ins Aus. Ein Wurf. Bale. Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Wilder Schusstor. 2-0. Lewandowski. Der Robert macht's. Gareth Bale nicht zu stoppen. Guter Schuss. Und dann, naja. Hätte der Torwart vielleicht einfach zur Seite klären sollen. Aber direkt vor die Füße von Lewandowski. Das war keine besonders schlaue Idee. Und das nicht wilde Saisontor von Lewandowski ist das jetzt schon. Das dritte. Sehr gut. Jawohl. Alava. Auf Umwegen irgendwie. Müller. Ach. Da hat Bale irgendwie kurz... ein kleines Labyrinth gelaufen. Müller. Lewandowski. Ja. Ein Stückchen zu weit. Ach. Schade. Ja. Ja, die Leverkuser kommen. Äh. Die Leverkuser. Ich war die Düsseldorfer. Aber da haben wir den Ball. Costa. Süle. Herrlicher Ball. Wenn er ankommt. Ja, kommt er. Aber Bale dann auch nur zum Innenverteidiger. Vidal. Falle ich den Ball. Schmitz. Oh. Schmitz mit dem Fehler. Schmitz. Jetzt gegen Bale. Bale. Super gemacht. Lewandowski. Ich wollte eigentlich den Fallrückzieher. Aber er hat den Kopfball gemacht. Schade. Bale. Aller war. Lahm. Bale. Hat sich den Ball gerade zu weit vorgelegt. Bellinghausen. Und Lahm. Super gemacht. Koch. Und Vidal. Und instant der Konter. Lewandowski. Jetzt alleine. Lewandowski. 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 3-0. Lewandowski mit der auf jeden Fall eindeutigen Entscheidung vor der Halbzeit. 3-0. Vidal schaltet ganz schnell Lewandowski dann frei durch. Und der Wiesit das lange Eck an. Und trifft dort perfekt hinein. Viertes Saisontor für den Polen. Der Torwart regelt doch erst spät. Na gut. Was soll man machen denn? Und der Spieler kommt auf einen zugelaufen. Vielleicht hätte er rauskommen sollen. Vielleicht nicht. Die Abwehrspieler waren auf jeden Fall zu langsam. Und Lewandowski. Hier das Saisontor. Und das vor der Pause. Wenn das nicht mal bitter wird für Düsseldorf. Gute Seitenverlagerung. Koch. Und da ist Halbzeit. 3-0. Führen wir zur Halbzeit. Können wir nicht direkt weitermachen. Gefällt mir nämlich so. Die Mannschaft gerade. Gartner. Gartner. Ball. Zug. Kuckoo. Schmitz. Stockfehler. Kommt die Bauer nicht zum Verhängnis. Kuckoo. Gartner. Und das war ein schlechter Ball. Müller. Lewandowski. Wiedal. Oh. Hat das schön gespielt. Thomas Müller jetzt. Müller. Es gibt Elfmeter. Ich habe das Foul nur aus dem Augenblick gerade gesehen. Foul an Costa. Oder was? Oh. Oh. Das war so eine dumme Aktion. Was macht er denn da? Krätscht da einfach rein. Warum? Das ist so eine dumme Aktion gewesen. Einfach. Elfmeter. Ja. Kommt Lewandowski zum Headtrick. Lewandowski zum Headtrick. Da ist er. Robert Lewandowski mit dem Headtrick. 4-0. Unhaltbar geschossen. Viel zu hart. Viel zu platzieren. Unmöglich zu halten für den Vorwart. Oh lala. Bayern München. Oh lala. Oh lala. Oh lala. Oh lala. Fünftes Saisontor. 4-0. Und das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Koch. Kuckoo. Kurzer Leck. Weiter geht's. Müller. Lewandowski. Bale. Bale. Wird es bitter. Gareth Bale. Oh. Pfosten. Glück für Düsseldorf. Costa. Costa. Was ein Trick. Und Rensing. Sicher auf dem Posten. Ecke von Bale. Ecke von Bale. Costa. 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 Gegen alle. Bleibt dann aber leider hängen. Müller. Bale. Lame. Bale. Fraul. Nein. Schiedsrichter sagt nein. Schmitz. Kuckoo. Gegen Lame. Lame. Super Ballerobrung. Also eine super Flanke. Müller. Kommt da nicht ganz ran. Und es gibt eine Verletzungsunterbrechung. Aber wo Verletzungsunterbrechung. Wir könnten nochmal auswechseln. So. Costa und Bale die Seite. Dann geht Bale mal raus. Für ihn kommt. Götze. Er hier kommt. Leverdorf hat ja seinen Hattrick gemacht. Angegen Slick kommt mal an. Kommt für Müller. So. Alles getauscht. Weiter jetzt. Jakon an. Boat check. Alarm kommt da nicht ganz ran. Jakon an. Jakon an. Bleibt im Ballbesitz. Jetzt kann die Flanke kommen. Von Bolli. Nein. Der zieht immer nach außen. Da kommt die Flanke. Da ist Boateng. Geklärt. Kingsley Command für den Ball direkt. Schmitz. Und. Groß. Jakon an. Ja. Und dann. Das war aber. Das war aber überhaupt kein Elfmeter. Was der Spieler da gemacht hat. Sorry. Aber. Das war am besten Willen. Kein Elfmeter. Der hat da eingefädelt. Ja. Das ist eine Schwalbe. Das ist da. Das ist unfassbar. Mann, der Neuer. Ehrentreffer für Düsseldorf. Auch wenn er nicht verdient ist. Wenn der Elfmeter war kein... Was freuen die sich bei einem 1 zu 4? Ich verstehe das nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dass man sich bei einem 1 zu 4 noch freut. Egal. Costa. Verliert hier den Ball an Mattis Bolli. Mattis Bolli spielt heute im Mittelfeld. Im... Zentralen Mittelfeld. Das ist aber eine komische Position für den... Für jemanden von der Elfenbeinküste. Na ja. Alava. Komm an. Alava. Auf weiter Flur. Kann gleich die Flanke bringen. Da kommt sie. Das Rensing. Was war das? Ja. Leinwur für uns. Groß. Das war auch eine sehr dumme Aktion. Von Götze. Nachspielzeit läuft. Drei Minuten. Groß. Kingsley Coman. Und Groß haut das Ding nochmal ordentlich daneben. Aber egal. 4-1. Gewinnen wir gegen Düsseldorf. Und hat Lewandowski gekriegt als Ersatzspieler den Ball. Für seinen Hattrick. Schön. 4-1. Sieg. Auch wenn das Gegenteil, wie gesagt, nicht berechtigt war. Denn es war eine Schwalbe. So. Nächstes Spiel ist gegen Werder Bremen. Da spielen wir nochmal mit unserer Belf. Bis dahin. Tschüss. 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 tssm. die poisoned Ikarios Tofuoff im� dearerio失 EGああن IntRaygg HEY F calorlich zu